ja die ist keine Sau kann ja auch sein dass die alle dann auf die Klinge haben aber die haben ja auch einen Mitspieler verloren also einen hab ich auf jeden Fall getötet aber du bist nicht tot ich bin schon wieder ein Elektro Elektro das sind wir bald bis in den Kamisho ja das ist fast in der Nähe dann ich bin jetzt quasi am Eingang der Stadt von Richtung Elektro der Typ ist am verrecken mit einer Säge kannst du eine Shotgun zum Beispiel oder eine Shotgun absägen hast du eine kurze Shotgun das lohnt sich nicht diese Logik einfach nur ja ich blute hier grad die Häuser ui was haben wir denn hier haben wir so einen komischen Rucksack wo ist der Brunnen hast? warte mal ich kann dir zeigen wenn ich weiß wo der Brunnen ist muss grad nochmal gucken wo der war ganz schlau gewesen von mir hier ist er hier ist er hier ist er ich komm auf die Straße siehst du dieses große Haus wo es aufs Meer geht warte auf Forst hier ich steh auf der Straße da liegt siehst du den toten Player ja ja sehe ich schon ich sehe dich wo bist du ach da alles klar Alter diese ganzen Zombie gut äh wo ist der Brunnen warte mal da unten ist eine Industriehalle den möchte ich noch kurz mal angucken kann man da rein direkt zu dem Braunhaus da wo ich hier ist ja ja nix gesperrt ja eben nicht denke ich auch gerade absolut deaktivierte hier war auch nicht nee die Typen sind ja auf jeden Fall nicht mehr du hast du schon ne Axt ja ich hab diesmal nicht wieder hey guck mal wir sind Zwillinge hey schwarze Bro hey Bro so wer geil wird gleich gut wird wollen ja nicht viel rum oh brauchst du welche oder soll ich sie nehmen was äh kannst du nehmen ok ja ich zeig dir mal kurz den Brunnen ich zeig dir mal kurz meine bescheidene Stadt ja deine Stadt ja meine Stadt die hab ich mir gerade eben äh von dem das geile war ich ja ich bin von dem Spieler abgehauen und er hat sich dann sozusagen geopfert für mich geopfert nur für dich nur für mich er liebt mich nein spaßig für dich und seine Hose ausgezogen und dann hat er dir genüsslich er hat sich dann für dich geopfert einen geswallow oder was nein aber Moment ich find grad den Brunnen nicht mehr tut mir leid hier war doch kein Brunnen boah hier irgendwo liegt ein Brunnen rum da liegt ein Brunnen rum Rasputin 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 Cola oder sowas alter loo hier 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 ja hier ist vielleicht hier da Hasch mich gehört? Ja aber er Hallodot shoot me please Ja da hinter dir stop 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 zurück 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 an den Zaun wir lang Pichaaaaase shoot on me please aber hinter das gelbe haus da hier ja genau I don't want to live anymore Please Was ist das? Eine schwarze Spraken? Kannst du einfach mit Schwarz färben. Du willst ja eine schwarze Mosi, willst du richtig viel Swag haben. Hab ich gerade weggeworfen. Warte, mach ich auch. Steige aus dem Swag, geh den Swag auf. Loot mir mal nach Gehäuser, ne? Schaue kurz in den Fliegen. Ich würd sagen, dass wir nach Elektro weiterlaufen. Hier liegt ein T-Shirt für dich rum, ne? Falls du brauchst. Direcht nach Elektro, oder was? Für dich geb ich sogar mein letztes Hemd. Ich würd sagen, wir laufen weiter. Ich hab jetzt so'n stylischen roten Wurmsack mit nem roten Barrette. Das sieht richtig geil aus. Markus? Moment, 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 ich will nur noch kurz die Damen-Toilette besuchen. Alter, ich muss die Zombie-Klose. Hier liegt ein Defi und die Sonnenwelle. Ein Defi. Ein Defi hättest du vorher gebrauchen können. Ja. So, okay, ich, ähm, komm jetzt. Phil, bist der dann ja auch tot? Wo bist denn du? Ah, da, beim toten Spiel noch. Ich bin noch in Balota, ich geh jetzt aber in den Wald und entbock mich aus. Okay. Weil, bis ihr euch wieder gefunden habt, dann bis ich da bin, äh... Wenn ich zu euch komme, sterbe ich nur. Ja, ne, Kamishowu ist ja, oh Gott, das ist ja noch so weit weg. Wie, wie, wie lange dauert's nach Elektro? Äh, nicht mehr weit. Könnt mir aber Scheid sagen, wenn ihr in Elektro seid, dann nicht ja gerne. Wir sind gleich in Elektro. Wir sind in... Ah! Kamishowu, vier Minuten in Elektro. Ja, in Elektro loot ich erst mal. Ah, ich seh's. Siehst du da hinten den Kran? Da ist schon Elektro. Ich seh's schon. Kennt einer von euch, äh, Frankie on PC? Ja, ja. Äh, habt ihr das gesehen, wo der einfach mal einen Typen, äh, der eine Axt hatte, mit Fäusten kaputt geschlagen hat? Daisy? Ne. Oh, Zombie, Moment. Oh, das neue... Oh, auf was schlägt der auf... Seine Mutter. Auf seine tote Mutter. Ich seh den gar nicht. Er schlägt auf seine tote Mutter. Ich seh den gar nicht. Er schlägt auf seine tote Mutter. Ich blute. Boah, bist du klug, ey. Warum laufst du nicht einfach weiter? Lass ein Zombie doch Zombie sein. Alter, bei mir sind auch's verkehrt. Weiß ich, was es bei den Spielabfeiern nicht gibt. Man wird die Dinger auch nicht los, ey. Kommst du, oder? Moment, ich tu mich grad bandagieren. Okay. Ich versteck mich mal. Okay, I'm no longer bleeding. Wo denn? Wo bist du denn? Krass, wie du einfach, wenn du gar keine Sachen anhaltest, einfach direkt umfällst. Da. Toll. Guck mal, was Robin geschrieben hat in den Chat. Moved mich. Ich bin so stoned. Jaja. Okay. Oh nein. Der war bestimmt über das Begriff. Wir sind wieder mal hart am Durchziehen, ne? Der labert so'n Typ. Ich hätt's aber geiler gefunden vorher, wenn wir überlebt hätten. Ja, klar. Finde ich auch gut, wenn wir überlebt hätten. Wärst du noch am Leben gewesen, weißt? Du hast es halt, du bist davon ausgegangen, dass nur ein Spieler und dann geht die Tür auf, dreht's. Ja, ich denk mir, das ist irgendein Drottel, der sich einfach mal die Tüte auf dem Kopf gesetzt hat, ey. Ja, der hatte die Tüte die ganze Zeit am Kopf und hat damit auch gezielt. Sieht man da nicht schwarz. Ja, die macht die, verändern ein bisschen das Sichtverhältnis und du hörst weniger. Okay. Aber du kannst immer noch sehen, dass du total behindertest. Ja, ich hab Glück gehabt, dass ich überlebt hab, weil der hat direkt auf meinen Kopf gezielt, aber der ist irgendwie die Kugel in die Wand gegangen. Oh, ja. Hatte nicht so viel Glück, Alter. Ja, ich fand das krass, du machst die Tür auf, ich steh direkt neben der Tür. Drrrr, deine Leiche. Stand da wirklich drei Typen? Ja, in dem Haus. Ja. Weiß ich. Ich bin eine Elektromkranknahme. Okay, wir sind on the way. Aber ich hab ja schon über vier Spiele gesehen, also. Ja, ja, dann servus auch. Ja, wir haben jetzt eigentlich nichts zu verlieren, deswegen ist es egal. Nee. Zombie, ne? Ja, ja, lassen einfach, lassen einfach laufen. Ja, jetzt hast du eine Achse, aber es lohnt sich nicht, weil du sowieso mit einem hätte gleich gutes. Ja. Okay, da ist nix sonst. Jo, und was ist dann unser Ziel? Für heute noch? Alles töten. Alles. Wir können ja auch was anderes zocken. Können wir auch noch machen. Können eigentlich auch noch. Ja. Oh, rote Kette. Was denn? Also, ich wär auf jeden Fall... Weiß ich nicht. Äh... Battlefield unter anderem? Ja. Oder... Burn of Paradise vielleicht? Hab ich nicht installiert. Oder weiß ich nicht, wo ich's installiert hab. Weiß ich auch nicht. Das ist ja so ein Spiel vielleicht, oder? Oder was ist denn da noch so aus? Das war das Schild von Electric. Ja, ne. Oder wir fragen die Zuschauer, die Party noch, du schon, wenn sie nicht für selber sind. Oh, notfalls haben wir ja DC-Aufnahmen dann, ne? Genau. Also, wir hätten sowieso jetzt gespielt, also von dem her. Einfach mal streamen. Ja. Kann man ja mal machen. Alter, es gibt nur was mit ihnen hier in Elektro, Alter. Oh, ne Crowbank. Ach, keiner. Oh, was ist das hier? Oh. Nice. Geh mal hoch. Ist da was? Hä? Ich bin oben, ja. Ja. Ja, guck mal in den Raum da hinten. Wer von euch ist in Elektro? Ich. Ich. Oh. Ja, wenn ihr da sind, dann... Ich komm auch zu Besuch. Äh, Treffpunkt wo? Könnt ihr Bescheid sagen, wenn ihr in Cherno seid, ne? Treffpunkt wo? Bei der Nummer in Elektro. Ich müsste was laufen, also. Hier noch hier oben. Ist da hinten in den Raum was? Guck mal da hinten in den Raum. Äh, ist ja unfair, dann muss ich am weitesten laufen. Ähm, hier liegt... Was liegt... Was ist denn das? Oh, ein Groupie kommt. Da läuft nicht. Da läuft nicht. Da läuft nicht. Ich kann's nicht aufheben. Ein Groupie. Ja. Moment mal. Das wird so komisch. Ja, Markus, wir laufen mal weiter in Richtung Elektro, ne? Ja, Moment, Markus, ich kann die Sachen nicht aufheben. Ja, Moment, ist schlecht, weil ich hab nix, unser Zombie ist hinter mir. Ja, Moment, ich komm. Moment, den. Werf ihn, werf ihn dein Hemd ins Gesicht, dann wird er verwurrt. Ja. Das wär geil. Hier, friss meine Hose! Wo bist'n du jetzt? Äh, ich bin weitergelaufen. In Richtung Elektro, hinein. Und ich warte da vorne. Ah, da vorne, ja, ich seh's. Da sind noch haufenweise Häuser, die noch nicht geloadet wurden, aber die auch. Ich hab jetzt ein paar geloadet, aber da ist, ähm, gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Noch! Rolige Kelle. Haben wir denn hier für'n Buch? Habt ihr auch Rolige Kelle? Ja. Nein. Ein Russischlernbuch, geil. Hm, also Russischlern. Alter, das ist aber lag bei mir grad richtig, ich kann nicht umgucken. Ja, bei mir auch. Zehn Frames, elf. Ja, bei mir gefühlt auch. Oh, jetzt bist du wieder Usain Bolt, oder was? Ja, ja. Du hast das mit den Schwarzen, ne? Klar doch. Aber die Folge war geil. I am Usain Bolt. Dann haben sie dich erschossen. Ja. Was ist denn das? Vor allem irgendwie die Deppen, die die versucht haben mit der Axt zu töten, ne? Oh, du hast dich diese schwule grüne Hose an, oder? Oh Gott. Die hab ich auch an, die ist gut zum Tarnen. Ja, aber die sieht so schwul aus. Ah, und der lohnt ein schwarzes Head. Er hat was gegen Schwule. Oh Mann. Ja, Zombies. Und ich will nicht bluten. Ich kann noch gar kein Blut sehen. Alter, hier in Elektrofett mal zwölf Frames. WTF? Geh ne, ja. Ja, ich kann noch gar nicht. Je mehr, so viele Spiele, so viele Frames. Also beim Video, wenn du... Äh, das bist du, ne? Ja, das bist du. Ja. Warte mal, ich muss mal kurz eben... ...versuchen irgendwas rumzustellen. Da läuft er rum. Hier liegt aber auch gar nix rum. Sauerei. Markus, da müssen wir denn hier. Wo sind das Zombie hin? Oh, ein Groupie. Okay. Das hilft gar nichts. Ich hab hier einfach... Wenn ich am Boden guck, hab ich 29 Frames. Wenn ich... Ja, ja, dann krieg ich auch... Himmel. Dann hab ich 11. Geh mal direkt in die Feuerwehrwache, oder? Ich geh in die Schule. Das kannst du nicht, dass du dich verbessern kannst. Ja. Ja, ja, so viele, so viel, äh... So viel Frames du hast, das so... Wie viel, wie, wie lang streamen wir denn noch? Bis morgen früh um zwei. Mittags. Ja, genau. Was ist besser, Schaufen oder Crowbar? Hitter, der Hitter, der Hitter. Ja. Bis morgen früh um zwei. Was, was sagen wir? Keine Ahnung. Hat er sich... Friendly. We have nothing. We have nothing. Was ist denn eine Axt? Do you want to buy a potato? Ahhhh. Warte, sag mal kurz leise. Was hat er gesagt? Ich weiß es nicht. Nie hau. Will er unsere Hosen haben? Äh, anscheinend der. I want your pets. No, Trowsers. Bist du hochgekommen gerade? Wie geht das nochmal? Ja, I need to close your boots onto motorcycle. Genau. Ja. Hallo. Pass auf, das Reto ist. Ich komme mit der Schaufel. Der hat einen Baseballschläger auf jeden Fall. Please let us on live. LOL! Ich hab ne Shotgun gefunden. Okay, thanks. Ja, ja. Er sagt jetzt zwei, er lässt euch in Ruhe aber... Ja, ich hab ne Axt. Achso. Und ich hab ne Shotgun ohne Munition. Ich lass euch. Ich lass euch. Ich hab... Ach, da oben. Geil. Was ist denn das für einen? Die heißt ja komisch. Der ist auf dem Dach. Kann das sein. Ja, die heißt... IHZ... Äh, IZH. 43. Ja, da brauchst du diese einzelnen Rounds. Alles klar. Ja, so ne doppelläufige Kacke. Das ist scheiße. Da hab ich vor mit... Ja. Mit einem Schuss normalerweise ne gesehen. Ich hab ein Weapon-Flashlight. Ja, das hab ich auch schon gesehen. Das konnte ich irgendwie nicht aufnehmen. Komplett oben auf dem Dach, ja. Versuch das mal in die Schrotflöte dran zu. Ne, es geht ja nicht. Okay, ich geh jetzt wieder aus der Schule raus. Ne, warte mal. Ja. Wo war der? Wo war der? Der ist jetzt da hinten raus. Der ist jetzt da hinten raus. Ich seh. Der ist jetzt in einem anderen Gebäude. Wo bist denn du? Siehst du mich? Ich bin jetzt von der raus an die Schule oder bestimmt mal raus. Ne, ich bin noch drin, ich bin noch drin. Was hat er gesagt? Äh, keine Ahnung, irgendwas mit Trousers? Keine Ahnung. Was geil ist, du musst sie mal jetzt sagen. Leg deine ganze Sache auf den Boden, sonst erschießen wir dich. Ja. Ne, gesagt mir noch, dass er aufgeben soll. Es gibt ja diese Aufgebenzeug, da kann man den glaube ich auch looten. Dass er die Hände hochnimmt. Leute, hier, mir rennt ein Zombie hinterher. Dir? Ja. Okay. Das, ähm... Soll auch vorkommen. Klar. Okay, ich glaube Schule ist nicht. Passiert den besten. Ich bin im Krankenhaus. Okay. Da hat er erstmal einen First Aid Kit gefunden. Das gute finde ich, dass Zombies Treppen nicht hochlaufen können. Ja. Okay, neue Schuhe. Neulich. Äh, alter. Können nicht über Treppen laufen? Äh. Oh, leid. Auch nicht, aber die können halt durch Türen gehen. Uuuuh. Ne Pepsi. Ich finde hier grad gar nix. Pip... doch. Piepsi heißt die. Piepsi. Piepsi. Ich bin jetzt in Elektro. Ich hab nen grünen Motorradhelm auf und ne Schaufeln aus der Schulter. Ich hab ne Feuerwerks. Und, äh, rotes Bandana. Ich hab ne Shotgun am Rücken. Ja, warte mal jetzt. Direkt unter euch. Ne, mit deiner Shotgun. Ich geb dir nen Schaufelschlag. Leck, leck, leck. Alter, ich bin grad einfach nur stehen geblieben vor Leck. Auf mich zu lecken. Alter, wenn man einfach nix trägt, dann hat man so... Auf mich zu lecken. Man hat einfach, äh, wer ist denn der Kammerhaus? Da geht jetzt auch ein... Leckstein. 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 Ne, das ist ja jetzt okay hier. So ein Klostein, ey. Uah. Mach auf, Mann. Wie komm ich denn jetzt auf einen Klostein? Keine Ahnung. Irgendeinen hat mal erzählt, dass man sich die ablecken oder die lecken oder so. Dran lecken oder keine Ahnung. Was? Wo kommst du her? Nein, ich hab das irgendwann mal gehört. Ach, wer hat das gesagt? Ich weiß es gar nicht, wer das gesagt hat. Vielleicht war's das ja du. Nein. Ja, genau. Ne, die nimmt dann immer so... Ach, was war das für ein Gag, ey. Da hat irgendeiner erzählt. Ja, ich hab keine Bonbons. Ich nehme immer die Klosteine von den... Klosetts raus und lutschen die dann immer oder so. Ja, ja, mach ich auch immer. Ah. Wenn ich grad keine... Wenn ich grad keine Brause-Tabletten mehr hab, dann nehme ich das einfach. Eine Brause-Tabletten. Oder ich nehm Klopapier, das schmeckt auch. Ich glaub ich mir immer ganz viel im Mund. Und dann... Äh. Okay, ich bin grad die Feuerwehr. Wo bist denn du eigentlich der Max? Ich bin in so'n Haus. Keine Ahnung, irgendwo. Ist zur Not auch Klopapier, ja? Echt? Oh! Nice! Okay. Nur zur Info, ich hab ne Shotgun mit zwei Schuss. Wow. Das heißt, ich kam nicht schon mal. Ja, ja. Nur zur Info, ich bin in der Feuerwehrwache. Ja. Ich bin in ein Krankenhaus drin. Weil ihr den bei einer Nacht zu langen. Ganze zwei Schuss, ne? Ja, ja, aber Shotgun. Das heißt, mindestens einer. Da stehen ja bei dir Übezüge Schuhe rum. Ja. Ja, die kann ich ja wohl nicht nehmen. Alter, ich dachte grad, die kann man alle nehmen, ey. Das wär geil. Alter, ne Schaufel töten mit drei Schlägen. Leute, was ist denn das? Hier liegt was rum. Warte mal, ey, jetzt hat grad jemand was gesagt. Smileser und Tector Cates. Was ist denn Smileser? Warte mal, irgendjemand hat geredet. Alter, Alter, besteht zur Bier. Puh. Handschellen hab ich. Gut, ich? Ne. Jetzt könnt ihr den fesseln. Handschellen. Ich jage einen hier grad von dem Supermarkt. Warte mal, hörst du wen, Markus? Nein, ich bin in Feuerwehrwache, ne? Okay. Ja, komm mal raus aus dem Krankenhaus. Ah, hier liegt gar nix rum. Da kommt ein Spieler reingelaufen. Wo? Hat er eine Waffe? Im Krankenhaus ist jetzt ein Spieler drin. Hat er eine Waffe? Da war ich grad eigentlich. Ich hör auf jeden Fall zwei Leute reden. Warte, seid mal kurz ruhig. Wo bist denn du? What did you say? I don't understand you. Ja, Bart, hier die ganze Zeit. Guck mal zum Krankenhaus, bringen wir ihn zusammen um. Ja. Boah. Oh, ich hab Handschellen gefunden. Denox. Krankenhaus, Krankenhaus. Ah, hier ist das Krankenhaus. Ah, okay. Ich bin, äh, um die Ecke vom Krankenhaus. Messer. Ich seh, ich seh die, ich seh die. Leute, wie viele Leute da sind? Ah, ne, das sind Zombies. Was bringt ein Small Protector Cates? Äh, was geht? Hey, Guy. Das bin ich. Ah, du bist das? Okay. Alles klar. Wo seid ihr? Wer ist denn mit der Crowbar und der mit der Röpfjörn? Wer ist das mit der Schaufel? Das bin ich. Ich bin wahnsinnig mit der Schaufel. Okay. Seid ihr im Krankenhaus? Äh, ja, quasi. Der Vorhang. Wo ist der andere Typ hier jetzt hin? Da ist er. Wo ist denn das Krankenhaus? Einer ist, glaub ich, jetzt offen. Man muss mal oben hier hochgucken. Es müsste der drinnen sein. Ohne Scheiße. Da ist aber nichts mehr drauf, oder? Da ist ein Defi drin, das war's. Ja, ja, das hab ich auch schon gesehen. Von der Feuerwehrwache? Wo muss ich denn hingehen? Feuerwehrwache nach, wenn du von der Straße auf die Feuerwehrwache... Wer redet denn hier wieder? Nach rechts, oder? Ach, der ist oben am Dach. Guck mal. Ja, ich schnapp ihn mit. Willst du ihn wirklich kill? Ich hab Handschellen, ne? Oh, hier hat er schon. Ich würd' ihn lieber festnehmen, als du von mir. Christine hat er schon. Da ist er, da! Da, ja, ja, das bin ich. Wer hat grad auf mich geschossen? Ich nicht. Bist du tot?